Willkommen bei Brawlhalla! Das war nicht ganz so schlecht abschneiden. Ich bin mit diesen Helden noch nicht ganz so gut, aber ich bin auf jeden Fall motiviert, dass wir das schaffen werden. Toi, toi, toi! Wir drücken die Daumen und ich wünsche euch viel Spaß! So, und dann geht es los. Wir sind der braune Wolfe. Wie wir sehen können, sind auch noch zwei andere Wölfe mit am Start. Bam! Wir hauen den ersten Mal richtig ein auf die Mütze. Und zwar, ja, jeder Charakter hat hier bestimmte Fähigkeiten, die wir natürlich alle erst mal noch kennenlernen müssen. Das war aber wieder super. Toller Anfang. Oh, oh, oh. Ich hoffe, wir steigern uns auf jeden Fall noch ein bisschen. Na, erstmal Waffe. Wir haben so Fausthandschuhe. Jetzt, wir können boxen. Finde ich ganz cool. Bam! Dem haben wir erst mal auf den Boden gesmashed. Super, duper cool. Ähm. Bam. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, ich hasse diese Map, muss ich sagen. Bitte, bitte, bitte. Jetzt seht ihr gleich. Nein! Warum ich diese Map hasse. Man hat kaum die Möglichkeiten, sich irgendwie wieder hoch zu angeln. Doof. Äh, spiele ich nicht gerne, muss ich sagen. Mann! Es ist ganz interessant zu sehen, weil wir hier zu, äh, also drei Wölfe sind und, äh, noch irgendwie ein anderer Charakter. Äh, nun machen. Nein! Ach, Mann. Doof. Jetzt sind wir schon wieder unten nach unten gefallen. Blöd. So, oh, oh. Ich hoffe, bitte, bitte. Wir kriegen das hier irgendwie, äh, auf die Reihe. So, so. Granate. Bam. Das hat uns zwar auch ein bisschen in den Hintern verbrannt, aber egal. Bombe. Und Bombe hinterher. Bash. Den haben wir es gegeben. Sehr cool. Das war der, äh, gelbe. Wolf, glaub ich, gewesen. Ja. Und, äh, ah, ich hasse dieses Runterfallen schon wieder. Mann! Ah, das nervt mich total. So, komm. Hau drauf, bitte. Hol dir die Hand. Danke. Super gemacht. Ich, äh, ich kenne mich mit dem, ähm, ja, Wolf eigentlich auch noch nicht so richtig super cool aus. Äh, aber wir geben unser Bestes. Hau ihn! Und bitte nicht wieder runterfallen. Wäre ganz schön. Toi, 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 komm. Gib alles. Da hatten wir Glück, dass wir der Bombe ausweichen konnten, so. Der, äh, äh, gelbe Wolf, äh, will, äh, Rabatz machen, glaube ich. Äh, man merkt im Übrigen, also die, äh, Community ist hier nicht unbedingt freundlich. Äh, habe ich schon festgestellt. Aber egal. Wir hauen drauf. Wir wollen nicht Freunde sein. Das sind Gegner. Bäm. Und, äh, ist uns egal. Wir wollen den Spaß. Und den haben wir auf jeden Fall. Hau drauf. Wir sind im Moment noch ganz gut mit im Rennen. Erstaunlicherweise sind wir noch gar nicht so oft gestorben. Gefällt mir. Hahaha. Der hat keine Chance gegen uns. Äh, der gelbe Wolf und auch der, ähm, na, Dankeschön. Da hat der andere uns mal geholfen. Brauer Wolf, gelber Wolf und wir sind brauner Wolf. Ah, Mann. Mann, normal. Mensch. Ah, dieses, immer dieses Runterfallen. Das nervt total. Jetzt hat der uns runtergeschmissen, aber wir schmeißen ihn auch. Wir können das auch. Und wir stehen immer noch gut da. Das ist gut. Wir haben mal einen K.O. Äh, geschafft. Bäm. Genial. Die Runde läuft gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Äh, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Ups. Das war... wieder mal knapp. Der Typ da, der geht mir auch auf den Sank da mit seinen, äh, komischen Handschuhen. Den hauen wir jetzt erstmal. Einfach einen auf die Glocke. Und es ist schon fast zu Ende, Leute. Und? Jawoll, das sieht gut aus. Leute, wir haben es geschafft. Jawoll, wir sind mit dem Wolf, äh, erster geworden. Mega, mega genial. Ist das erste Mal. War ein richtig cooler Kampf. Wir sagen natürlich Glückwunsch. Äh, äh, natürlich an uns selbst. Aber wir haben richtig super cool gekämpft. Freue ich mich sehr. Ist das erste Mal, dass, äh, ich ein Match gewonnen habe. Sehr, sehr schön. Freue ich mich drauf. Und, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Juhu, juhu. Wir feiern den ersten Sieg. Freue ich mich. Und, ja. Mit diesem Triumph verabschiede ich mich von euch. Super, duper, cool. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.